Musik Heute, unser Turnier im Friedrichsweiler, war eine Mischung auf Sonne und Wolken. Jeder wusste, dass er sich schön warm machen musste, um das heutige Turnier zu gewinnen. Aber trotz das wechselhafte Wetter können wir immer auf unsere begeisterte Publikum rechnen. Wir hatten natürlich ein paar nervenkitzlere Momente dabei. Und ein paar künstlerische Aktionen. Die Meinungen waren unterschiedlich. Wie waren die ersten Spiele? Hier. Gut. Schlecht. Warum? Wir haben beide verloren. 1-0 verloren und 0 noch mal 1. Aber wir könnten uns retten. Wie hast du das gemacht? Erklär mir alles. Also, ich war einfach raufgelaufen, hab gedacht, ich wollte schießen, hab mich aber angezeugt, weil ich war mir nicht sicher. Und dann hab ich dann einfach... Der hat sich gedreht, weil er gedacht hat, dass ich gefossen wollte. Und dann hab ich einfach... Und dann hab ich einfach so raufgeschossen ins Netz. Und sowas ist 1-0. 1-0 verloren und 0-0 verloren und 0-0 verloren und 0-0 verloren. Ich hab mir einfach heute ein bisschen Mühe gegeben. Das war's für heute.